Oh man, oh man, oh man. Boah, alter. Kriegst du einen zu viel. Speicher hier. Das ist doch nicht normal, ey. Ich hab's geschafft. Also das Spiel werde ich weiter verschenken an jemanden, den ich hasse. WTF. Hä, ich denke der kann mich würbeln. Ja, manchmal tut er es, manchmal nicht. Toll, das ist ein Glücksspiel. Ich glaub, je nachdem mit welcher Seite er kommt. Kommt er mit der Schokoladen Seite würfelt er dich? Meine Güte. Sandwich. Und dann noch ein Blau, ein Blaues. Die Tintenfresser. Ne, okay, umrollen kann ich sie auch nicht. Gut, ich wollte es nur ausprobieren, dann bin ich mir sicher, dass ich über sie rüberspringen muss und irgendwie weiterkommen muss. Okay. Tschüss und tschüss und tschüss. Auf Wiedersehen. Okay, so, wie kommen wir da jetzt rüber? Mit Schwung. Mhm. Mit viel Hüftschwung, so. Und jetzt? Ja, genau. Ja, aber natürlich. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet, also. Du darfst auch, man, du darfst aber auch nicht durchdrücken, ne? Ja, ja, ich merke das schon. Genau. Ich muss es richtig abpassen. Ne. Ach. Und wenn ich das... Und wenn du das warst? Ach Gott. Wenn ich da einmal durcheinander komme, dann war es das. Mhm. Also, ich muss einmal irgendwie raufspringen und dann den Stick gerade halten. Oh, geschafft. Eieieiei. Junge. Puts. Puh. 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 Was für ein Level. Wir können ihn jetzt eigentlich bezahlen. Wie viele Münzen haben wir? Ich glaube, 15 oder so. Und Bananenmünzen? Hm. Zu wenige. Ach, wieso gehst du denn da lang? Ich frage mich, was passiert. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Wagt es nicht, hier ohne Bezahlung rüber zu gehen, sonst werde ich mächtig unangenehm. Ach, genau 15. Ja, dann zahlen wir mal, oder? Hm. Ich hoffe, ihr werdet King K. Rool besiegen. Was? Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, in der letzten Welt. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Dann lass uns schnell den Entpass machen. Hahaha. Eieiei. Heißt es, solange man so viel, bis man 15 Münzen hat oder bis man da hingekommen ist, oder was? Anscheinend. Ich... Komm, lass mal hier rein. Ist es wirklich das letzte Land? Ich bin mir nicht sicher. Es... Ah! Es sieht so aus. Geh weg! Lass mich! Hm. Lass das! Hahaha. Ich schmeiß dich ja irgendwo hin. Guck mal da rüber? Geh weg! Naja. Lustiges Level. Du kannst laufen. Und die Musik ist irgendwie... Ich finde die witzig. Oh, was? Das finde ich allerdings nicht so witzig. Uah! Das habe ich gerade vor allem nicht verstanden. Geh weg! So, du gehst auch weg! His-HOur-Musik. Hahaha. Boba-dam-dam-bam-bada. Das ist so ein... Wie? Hört sich an wie so eine Dschungelmusik. Yes! Jetzt kannst du hier Münze mitnehmen. Hahaha. Wenn du schon mal dabei bist. Äh-hä-hä. Oh-ah-ah. Der klaut doch Bananen. Genau. Der ist ja gelb. Ist gelb vor. Eifersucht. He-h-h-h-ha-ha. He-h-h-h-h-ha-ha. He-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Weg mit dir. Rüber. Oh, oh. Aha. Tschüss. Oh. Mhm. Nein. Ich hab's safe gemacht. Ich hab's safe gemacht. Also, es ist ja schon. Ach, hier aber. Ja. Soll ich das nächste Mal woanders machen, der Herr? Ja, das wäre gut. Zum Beispiel... Hier? Hier gleich, ja. Oh. Oh, das war's Geh. Oha. Oh, oh. Oh, oh. Schießt nicht. Schießt nicht. Ja, genau. Was machst du denn? Wo bist du? Ich trickse. Verdammt. Ganz gut. Oh, 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 oh. Diese Trommeln machen mich ganz kirre. Boah. Junge, Junge, Junge. Gespeichert. Ja, nichts da. Nichts da. Nein, 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 nein. An unsere Bananen. Nein. Oh Gott. Alter, was ist denn hier los? Was war denn das? Nein. Ach so, das ist fast für dich gewesen. Nein. Was ist denn hier für eine Welt? Eine sehr kranke Welt. Wir haben noch gar nicht die Fähigkeiten dafür. Wir haben nicht die Fähigkeiten. Wow. Was ist denn, wenn der, wenn der, wenn der böse Aussehende mich trifft? Ich hab, weiß ich nicht. Probier es aus. Ich würde es eigentlich nicht ausprobieren. Ich glaub, der geht einfach nur extrem ab. Der kommt gleich von hinten. Pass auf. Der teleportiert sich, oder was? Bei dir gibt's nur die Bananen. Oh je. Na. Lass mich in Ruhe. Ja, wie? Du bist schon wieder da. Respawned. Alter, was ist denn hier los? Oh, weg. Warte mal, ich speichere hier. Ja, hast du? Ja, hab ich. Ich krieg ja schon Zustände, wenn ich nur zugucke. Okay, du kannst springen. Alter. Mi, 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 mi. Nein. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Du bist das, glaub ich. Ich bin das. Oh, das war ja knapp. Ja. Wie soll ich das denn machen? Ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann doch nicht so lange warten, bis die sich mal aus dem... Bis die mal aus dem Arsch kommt. Wo bin ich? Auf dem Speicherfass gelandet. Diese Welt, ne? Diese Welt. Hier kommt... Dieser W... Oh, das ist ein TNT-Fass. Alter, da, da. Oh, oh. WTF. Nein. Oh, Gott. Speichert. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wow. Fuck. Bin ich froh, das nicht auf der Konsole zu spielen. Dann wäre mein Controller schon kaputt. Ach, scheiße. Boah, das war doch... War doch richtig. Ich hab doch getroffen. Schieß! Nein, noch vorher, aber... Du hast Schieß gesagt. Schieß? Ich schieß jetzt gleich sofort. Ja, genau. Und dann nur noch nach rechts. So ein Typ nach rechts. Und dann... Ne. Also ich müsste da scheinbar entweder länger warten oder ich... Weiß nicht. Noch länger? Das gibt's doch nicht. Noch länger geht ja gar nicht. Versuch's nochmal. Weil gerade war's ja schon fast oben drin. Aber auch nur fast. Das gibt's gar nicht. Ne. Ich hab doch gedrückt. Ich bin gerade hochgeschossen worden. Es wär auch... Wir wären dann auch Game Over. Du musst das schaffen. Na also. Hast du da oben nochmal dringend Speicher gehabt, zufällig? Oh oh. Nicht gut. Konzentration, Rio. Oder vielleicht gut. Nicht gut. Kommst du nicht ran, ne? Ne. Hä? Hä? Böse. Nicht so einfach. Ne. Holalala. Da kommt man nicht ran. Wie das... Wie das nicht funktionieren will. Ne. Da, da, da. Boah, komm schon. Oder wenn du dich ein bisschen nach oben schießen lässt, dass du dich ein bisschen lenken kannst? Hä? Ja. Ich warte jetzt mal. Ich guck mal, ob das Fass zurückkommt. Kommt das zurück? Kommt das zurück? Bitte komm zurück, Fass. Anscheinend nicht. Aber so geht es. Ach, da muss ich nur noch rein. Und da kann ich rein? Was ist das denn? Ups. Falschgerückt. Hm. Okay. Wie soll... Was? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das gerade auch nur zur Hälfte. Warte mal, ich muss mal noch was probieren. Also vielleicht so hier. Ah. Ja. Und da muss ich auf das Fass erwarten, aber... Tja. Das blöde Fass. Ja, aber wie soll das funktionieren? Ich weiß es nicht. Da müsste ich... Warte mal. Da müsste ich einmal so machen. Ach, scheiße. Ne. Oh Gott. Was ist das für ein verdammtes Level? Wie schafft man das bitte? Ne. Das Fass ist ja dann auch schon weg. Ist ja dann schon despawned, das Fass. Ja. Und da kannst du ja auch nicht so lange warten. Ne. Was, ein abgefucktes Level. Hm, hm. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ach, Gott. In dem Fass hättest du vielleicht nochmal abspeichern können. Ja, ich achte drauf. Ja, ach, damn it. Aber hier sehen wir irgendwie keine andere Möglichkeit, als die ganze Zeit den Safe-Sale zu laden. Ne, das ist auch... Pain. Das ist kein nettes Level. Da-da-da-da. Ta-ra-ta-ta-ta. Ja. Let's save Satan. Ja. Okay, so funktioniert es schon mal nicht. Ah, okay. Ja, fast. Ja. Ich weiß zumindest, wie wir jetzt vorankommen. Und das sollst du mal in einem Zug schaffen? Was war das denn? Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Fuck. Ich war eigentlich schon drin. Ah. In einem Zug schaffst du sowas niemals. Hast du auch, glaube ich, als Kind nicht. Ich glaube... Hä? Da haben Mami und Papi dann geholfen. Ich war doch drin. Eigentlich schon. Stimmt das Timing von der Box da überhaupt? Und wenn du noch eine Drehung wartest? Geht das? Nee. Geht nicht. Schieß dann von alleine. Ich bin beschissen. Ah, ich kann nicht mal eine Drehung warten. Das ist so dumm. Ich muss ja in dem Moment drücken. Nee. Äh... So und... Nee. Das gibt's nicht. Funktioniert gar nicht. Und wenn du oben drüber springst, ist das auch kacke, ne? Das geht gar nicht. Also ich könnte mal versuchen. Nee. Da kommst du nicht rum und drüber. Das funktioniert nicht. Ich check das nicht. Uff. Nee. Sorry. Äh, krieg ich nicht hin. Tja. Was machen wir jetzt? Game over. Ja, keine Ahnung. Was wir machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, erst mal eine Aufnahmepause. Das kann ja echt nicht angehen. Oh Gott. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen das dann offscreen mal. Richtig. Und... Sehen uns dann, wenn wir an den Bienchen vorbei sind. Das nächste Mal, ne? Genau. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Und es tut uns leid. Ciao. Tschüss. Ciao.